Hallo, wie geht's? Ok, sehr gut. Was ist das? Er, bitte, er findet eine Sonne. Sehr gut, sehr gut. R, 6, 9, was ist das? Was ist das? Schmetterling! Sie, findet eine Schmetterling. Schmetterling, bitte. Ewa, Biene! Biene! Schmetterling! 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 Es gibt keinen Schmetterling. Findet eine... Findet eine... Schmetterling! 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 Ja, sehr gut. Und jetzt, er findet eine... Eine... Wie Biene! Ja, bitte, findet eine Biene. Biene! Ich hab gesagt, er... Er... Anna, du siehst er? Nein, sehr gut. Er... Okay. Findet... Sie! Findet eine... Was ist das? Was ist das? Das? Sie! 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 Du siehst! Du siehst! Du siehst! Nichts! Also... standby... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020